Hallo, hier ist Jan. Willst du kein Hörbuch mehr verpassen, dann klick doch einfach auf Abonnieren und das kleine Glöckchen. Und nun viel Spaß! Der Weg zum Friedhof von Thomas Mann Der Weg zum Friedhof lief immer neben der Chaussee, immer an ihrer Seite hin, bis er sein Ziel erreicht hatte, nämlich den Friedhof. An seiner anderen Seite lagen anfänglich menschliche Wohnungen, Neubauten der Vorstadt, an denen zum Teil noch gearbeitet wurde, und dann kamen Felder. Was die Chaussee betraf, die von Bäumen, knorrigen Buchen gesetzten Alters flankiert wurde, so war sie zur Hälfte gepflastert, zur Hälfte war sie's nicht. Aber der Weg zum Friedhof war leicht mit Kies bestreut, was ihm den Charakter eines angenehmen Fußpfades gab. Ein schmaler, trockener Graben, von Gras und Wiesenblumen ausgefüllt, zog sich zwischen beiden hin. Es war Frühling, beinahe schon Sommer. Die Welt lächelte. Gottesblauer Himmel war mit lauter kleinen, runden, kompakten Wolkenstückchen besetzt, betupft mit lauter schneeweißen Klümpchen von humoristischem Ausdruck. Die Vögel zwitscherten in den Buchen, und über die Felder daher kam ein milder Wind. Auf der Chaussee schlich ein Wagen vom nächsten Dorfe her gegen die Stadt. Er fuhr zur Hälfte auf dem gepflasterten, zur anderen Hälfte auf dem nicht gepflasterten Teil der Straße. Der Fuhrmann ließ seine Beine zu beiden Seiten der Deichsel hin abhängen und pfiff aufs Unreinste. Am äußersten Hinterteile aber saß ein gelbes Hündchen, das ihm den Rücken zuwandte und über sein spitzes Schnäuzchen hinweg mit unsäglich ernster und gesammelter Miene auf den Weg zurückblickte, den es gekommen war. Es war ein unvergleichliches Hündchen, goldes Wert, tief erheiternd, aber leider gehört es nicht zur Sache, weshalb wir uns von ihm abkehren müssen. Ein Trupp Soldaten zog vorüber. Sie kamen von der unfernen Kaserne, marschierten in ihrem Dunst und sangen. Ein zweiter Wagen schlich von der Stadt kommend gegen das nächste Dorf. Der Fuhrmann schlief, und ein Hündchen war nicht darauf, weshalb dieses Fuhrwerk ganz ohne Interesse ist. Zwei Handwerksburschen kamen des Weges, der eine bucklig, der andere ein Riesangestalt. Sie gingen barfuß, weil sie ihre Stiefel auf dem Rücken trugen, riefen dem schlafenden Fuhrmann etwas gut Gelauntes zu und zogen für Bass. Es war ein maßvoller Verkehr, der sich ohne Verwicklungen und Zwischenfälle erledigte. Auf dem Wege zum Friedhof ging nur ein Mann. Er ging langsam, gesenkten Hauptes und gestützt auf einen schwarzen Stock. Dieser Mann hieß Piepsam. Lob Gott Piepsam. Und nicht anders. Wir nennen ausdrücklich seinen Namen, weil er sich in der Folge aufs Sonderbarste benahm. Er war schwarz gekleidet, denn er befand sich auf dem Wege zu den Gräbern seiner Lieben. Er trug einen rauen, geschweiften Zylinderhut, einen altersblanken Gehrock, Beinkleider, die sowohl zu eng als auch zu kurz waren, und schwarze, überall abgeschabte Klasse-Handschuhe. Sein Hals, ein langer, dürrer Hals mit großem Kehlkopfapfel, erhob sich aus einem Klappkragen, der ausfranzte. Ja, er war an den Kanten schon ein wenig aufgeraut, dieser Klappkragen. Wenn der Mann aber seinen Kopf erhob, was er zuweilen tat, um zu sehen, wie weit er noch vom Friedhof entfernt sei, so bekam man etwas zu sehen, ein seltenes Gesicht, ohne Frage ein Gesicht, das man nicht so schnell wieder vergaß. Es war glattrasiert und bleich. Zwischen den ausgehöhlten Wangen aber trat eine vorn sich knollenartig verdickende Nase hervor, die in einer unmäßigen, unnatürlichen Röte glühte und zum Überfluss von einer Menge kleiner Auswüchse strotzte, ungesunder Gewächse, die ihr ein unregelmäßiges und fantastisches Aussehen verliehen. Diese Nase, deren tiefe Glut schwarz gegen die matte Blässe der Gesichtsfläche abstach, hatte etwas Unwahrscheinliches und Pittoreskes. Sie sah aus wie angesetzt, wie eine Faschingsnase, wie ein melancholischer Spaß. Aber es war nicht an dem. Seinen Mund, einen breiten Mund mit gesenkten Winkeln, hielt der Mann fest geschlossen. Und wenn er aufblickte, so zog er seine schwarzen, mit weißen Härchen durchsetzten Brauen hoch unter die Hutkrempel empor, dass man so recht zu sehen vermochte, wie entzündet und jämmerlich umrändert seine Augen waren. Kurzum, es war ein Gesicht, dem man die lebhafteste Sympathie dauernd nicht versagen konnte. Lobgott Piepsams Erscheinung war nicht freudig. Sie passte schlecht zu diesem lieblichen Vormittag und auch für einen, der die Gräber seiner Lieben besuchen will, war sie allzu trübselig. Wenn man aber in sein Inneres sah, so musste man zugeben, dass ausreichende Gründe dafür vorhanden waren. Er war ein wenig gedrückt, wie, es ist schwer, so lustigen Leuten wie euch dergleichen begreiflich zu machen. Ein wenig unglücklich, nicht wahr? Ein bisschen schlecht behandelt? Ach, die Wahrheit zu reden, so war dies nicht nur ein wenig. Er war es in hohem Grade. Es war ohne Übertreibung Elend mit ihm bestellt. Erstens trank er. Nun, davon wird noch die Rede sein. Ferner war verwitwet, verwaist und von aller Welt verlassen. Er hatte nicht eine liebende Seele auf Erden. Seine Frau, eine geborene Lebzelt, war ihm entrissen worden, als sie ihm vor halb Jahresfrist ein Kind geschenkt hatte. Es war das dritte Kind und das war tot gewesen. Auch die beiden anderen Kinder waren gestorben. Das eine an der Diphtherie, das andere an nichts und wieder nichts. Vielleicht an allgemeiner Unzulänglichkeit. Nicht genug damit hat er bald darauf seine Erwerbsstelle eingebüßt, war schimpflich aus Amt und Brot gejagt worden, und das hing mit einer Leidenschaft zusammen, die stärker war als Piepsam. Er hatte ihr ehemals einigermaßen Widerpart zu halten vermocht, obgleich er ihr periodenweise unmäßig gefröhnt hatte. Als ihm aber Weib und Kinder entrafft waren, als er ohne Halt und Stütze von allem Anhang entblößt, allein auf Erden stand, war das Laster Herr über ihn geworden und hatte seinen seelischen Widerstand mehr und mehr gebrochen. Er war Beamter im Dienste einer Versicherungssozietät gewesen, eine Art von höherem Kupisten mit monatlich neunzig Reichsmark wahr. In unzurechnungsfähigem Zustande jedoch hatte er sich grober versehen schuldig gemacht und war, nach wiederholtem Vermahnungen, endlich als dauernd unzuverlässig entlassen worden. Es ist klar, dass dies durchaus keine sittliche Erhebung Piepsams zur Folge gehabt hatte, dass er nun vielmehr vollends dem Ruin anheimgefallen war. Ihr müsst nämlich wissen, dass das Unglück des Menschen Würde ertötet. Es ist immerhin gut, ein wenig Einsicht in diese Dinge zu besitzen. Es hat eine sonderbare und schauerliche Bewandtnis hiermit. Es nützt nichts, dass der Mensch sich selbst seine Unschuld beteuert. In den meisten Fällen wird er sich für sein Unglück verachten. Selbstverachtung und Laster aber stehen in der schauderhaftesten Wechselbeziehung. Sie nähren einander. Sie arbeiten einander in die Hände, dass es ein Graus ist. So war es auch mit Piepsam. Er trank, weil er sich nicht achtete. Und er achtete sich weniger und weniger, weil das immer erneute zu Schandenwerden aller guten Vorsätze sein Selbstvertrauen zerfraß. Zu Hause in seinem Kleiderschranke pflegte eine Flasche mit einer giftgelben Flüssigkeit zu stehen. Einer verderblichen Flüssigkeit. Wir nennen aus Vorsicht nicht ihren Namen. Vor diesem Schranke hatte Lobgott Piepsam buchstäblich schon auf den Knien gelegen und sich die Zunge zerbissen. Und dennoch war er schließlich erlegen. Wir erzählen euch nicht gern solche Dinge, aber sie sind immerhin lehrreich. Nun ging er auf dem Wege zum Friedhof und stieß seinen schwarzen Stock vor sich hin. Der milde Wind umspielte auch seine Nase, aber er fühlte es nicht. Mit dem porgezogenen Brauen starrte er hohl und trüb in die Welt. Ein elender und verlorener Mensch. Plötzlich vernahm er hinter sich ein Geräusch und horchte auf. Ein sanftes Rauschen näherte sich aus weiter Ferde her mit großer Geschwindigkeit. Er wandte sich um und blieb stehen. Es war ein Fahrrad, dessen Pneumatik auf dem leicht mit Kies bestreuten Boden knirschte und das in voller Karriere herankam. Dann aber sein Tempo verlangsamte, da Piepsam mitten im Wege stand. Ein junger Mann saß auf dem Sattel, ein Jüngling, ein unbesorgter Tourist. Ach mein Gott! Er erhob durchaus nicht den Anspruch, zu den großen und herrlichen dieser Erde gezählt zu werden. Er fuhr eine Maschine von mittlerer Qualität, gleich viel aus welcher Fabrik, ein Rad im Preise von zweihundert Mark, auf gut Glück geraten. Und damit kutschierte er ein wenig über Land, frisch aus der Stadt hinaus, mit blitzenden Pedalen in Gottes freie Natur hinein. Hurra! Er trug ein buntes Hemd und eine graue Jacke darüber, Sportgamaschen und das keckste Mützchen der Welt. Ein Witz von einem Mützchen, bräunlich kariert, mit einem Knopf auf der Höhe. Darunter aber kam ein Wust, ein dicker Schopf von blondem Haar hervor, das ihn über die Stirne emporstand. Seine Augen waren blitzblau. Er kam daher wie das Leben und rührte die Glocke. Aber Piepsam ging nicht um eines Haares breiter aus dem Wege. Er stand da und blickte das Leben mit unbeweglicher Miene an. Es warf ihm einen ärgerlichen Blick zu und fuhr langsam an ihm vorüber, worauf Piepsam ebenfalls wieder vorwärts zu gehen begann. Als es aber vor ihm war, sagte er langsam und mit schwerer Betonung, »Nummero 9707.« Dann kniff er die Lippen zusammen und blickte unverwandt vor sich nieder, während er fühlte, dass des Lebens Blick verdutzt auf ihm ruhte. Es hatte sich umgewendet, den Sattel hinter sich mit der einen Hand erfasst und fuhr ganz langsam. »Wie?« fragte es. »Nummero 9707.«, wiederholte Piepsam. »Oh. Nichts. Ich werde Sie anzeigen.« »Sie werden mich anzeigen?« fragte das Leben, wandte sich noch weiter herum und fuhr noch langsamer, sodass es angestrengt mit der Längstange hin und her balancieren musste. »Gewiss,« antwortete Piepsam in einer Entfernung von fünf oder sechs Schritten. »Warum?« fragte das Leben und stieg ab. Es blieb stehen und sah sehr erwartungsvoll aus. »Das wissen Sie selbst sehr wohl.« »Nein, das weiß ich nicht.« »Sie müssen es wissen.« »Aber ich weiß es nicht,« sagte das Leben. »Und es interessiert mich auch außerordentlich wenig.« Damit machte es sich an sein Fahrrad, um wieder aufzusteigen. Es war durchaus nicht auf den Mund gefallen. »Ich werde Sie anzeigen, weil Sie hier fahren. Nicht dort draußen auf der Chaussee, sondern hier auf dem Wege zum Friedhof,« sagte Piepsam. »Aber lieber Herr,« sagte das Leben mit einem ärgerlichen und ungeduldigen Lachen, wandte sich neuerdings um und blieb stehen. »Sie sehen hier Spuren von Fahrrädern den ganzen Weg entlang. Hier fährt jedermann.« »Das ist mir ganz gleich,« entgegnete Piepsam. »Ich werde Sie anzeigen.« »Ei, so tun Sie, was Ihnen Vergnügen macht,« rief das Leben und stieg zu Rade. Es stieg wirklich auf. Es blamierte sich nicht, indem ihm das Aufsteigen misslang. Es stieß sich nur ein einziges Mal mit dem Fuße ab, saß sicher im Sattel und legte sich ins Zeug, um wieder ein Tempo zu gewinnen, das seinem Temperamente entsprach. »Wenn Sie nun auch weiter hier fahren, hier auf dem Wege zum Friedhof, so werde ich Sie ganz sicher anzeigen,« sprach Piepsam mit erhöhter und bebender Stimme. Aber das Leben kümmerte sich jämmerlich wenig darum. Es fuhr mit wachsender Geschwindigkeit weiter. Hättet Ihr in diesem Augenblick Lobgott Piepsams Gesicht gesehen, Ihr wäret tief erschrocken gewesen. Er kniff die Lippen so fest zusammen, dass seine Wangen und sogar die glühende Nase sich ganz und gar verschoben. Und unter den unnatürlich hoch emporgezogenen Brauen starrten seine Augen dem entrollenden Fahrzeug mit wahnsinnigem Ausdruck nach. Plötzlich stürzte er vorwärts. Er legte die kurze Strecke, die ihn von der Maschine trennte, rennend zurück und ergriff die Satteltasche. Er klammerte sich mit beiden Händen daran fest, hing sich förmlich daran, und immer mit übermenschlich fest zusammengekniffenen Lippen, stumm und mit wilden Augen, zerrte er aus Leibeskräften an dem vorwärtsstrebenden und balancierenden Zweirad. Wer ihn sah, konnte im Zweifel sein, ob er aus Bosheit beabsichtigte, den jungen Mann am Weiterfahren zu hindern, oder ob er von dem Wunsche gepackt worden war, sich ins Schlepptau nehmen zu lassen, sich hinten aufzuschwingen und mitzufahren, ebenfalls ein wenig hinauszukutschieren mit blitzenden Pedalen in Gottes freie Natur hinein, Hurra! Das Zweirad konnte dieser verzweifelten Last nicht lange widerstehen. Es stand, es neigte sich, es fiel um. Nun aber wurde das Leben grob. Es war auf ein Bein zu stehen gekommen, holte mit dem rechten Arme aus und gab Herrn Piepsam einen solchen Stoß vor die Brust, dass er mehrere Schritte zurücktaumelte. Dann sagte es mit bedrohlich anschwellender Stimme, »Sie sind wohl besoffen, Kerl! Wenn Sie, sonderbarer Patron, sich's noch einmal einfallen lassen, mich aufzuhalten, so haue ich Sie in die Pfanne, verstehen Sie das? Ich schlage Ihnen die Knochen in zwei! Wollen Sie das zur Kenntnis nehmen?« Und damit drehte es Herrn Piepsam den Rücken zu, zog mit einer entrüsteten Bewegung sein Mützchen fester über den Kopf und stieg wieder aufs Rad. Nein, es war durchaus nicht auf den Mund gefallen. Auch misslang ihm das Aufsteigen ebenso wenig wie vorhin. Es trat wieder nur einmal an, saß sicher im Sattel und hatte die Maschine sofort in der Gewalt. Piepsam sah seinen Rücken sich rascher und rascher entfernen. Er stand da, keuchte und starrte dem Leben nach. Es stürzte nicht, es geschah ihm kein Unglück. Kein Pneumatik platzte und kein Stein lag ihm im Wege. Federn fuhr es dahin. Da begann Piepsam zu schreien und zu schimpfen. Man konnte es ein Gebrüll heißen. Es war gar keine menschliche Stimme mehr. »Sie fahren nicht weiter!« schrie er. »Sie tun es nicht!« »Sie fahren dort draußen und nicht auf dem Wege zum Friedhof!« »Hören Sie mich!« »Sie steigen ab!« »Sie steigen sofort ab!« »Oh! Oh!« »Ich zeige sie an!« »Ich verklage sie!« »Ach, Herr, in dein Gesicht treten, du verfluchter Bube!« Niemals wurde dergleichen ersehen. Ein schimpfender Mann auf dem Wege zum Friedhof. Ein Mann, der mit geschwollenem Kopf verbrüllt. Ein Mann, der vor Schimpfen tanzt. Kapriolen macht, Arme und Beine um sich wirft und sich nicht zu lassen weiß. Das Fahrzeug war schon gar nicht mehr sichtbar, und Piepsam tobte noch immer an derselben Stelle umher. »Haltet ihn! Haltet ihn! Er fährt auf dem Wege zum Friedhof! Reißt ihn doch herunter, den verdammten Laffen! Ach! Ach! Hätte ich dich, wie wollte ich dich schinden, du alberner Hund! Du dummer Windbeutel! Du Hans-Narrr! Du unwissender Gag! Sie steigen ab! Sie steigen in diesem Augenblick ab! Wirft ihn denn keiner in den Staub den Licht! Spazieren, fahren, wie? Auf dem Wege zum Friedhof, was? Du Schurke! Du dreister Bengel! Du verdammter Affe! Blitzblaue Augen! Nicht wahr? Und was sonst noch? Der Teufel kratze sie dir aus! Du unwissender, unwissender, unwissender Gag! Piepsam ging nun zu Redewendungen über, die nicht wiederzugeben sind. Er schäumte und stieß mit geborstener Stimme die schändlichsten Schimpfworte hervor, in der es die Raserei seines Körpers sich immer mehr verstärkte. Ein paar Kinder mit einem Korbe und einem Pinscherhunde kamen von der Chaussee herüber. Sie kletterten über den Graben, umringten den schreienden Mann und blickten neugierig in sein verzerrtes Gesicht. Einige Leute, die dort hinten an den Neubauten arbeiteten oder eben ihre Mittagspause begonnen hatten, wurden ebenfalls aufmerksam. Und Männer, sowohl wie Mürtelweiber, kamen den Weg daher auf die Gruppe zu. Aber Piepsam wütete immer weiter. Es wurde immer schlimmer mit ihm. Er schüttelte blind und toll die Fäuste gen Himmel und nach allen Richtungen hin, zappelte mit den Beinen, drehte sich um sich selbst, beugte die Knie und schnellte wieder empor vor unmäßiger Anstrengung recht laut zu schreien. Er machte nicht einen Augenblick Pause im Schimpfen, er ließ sich kaum Zeit zu atmen und es war zum Erstaunen, woher ihm all die Worte kamen. Sein Gesicht war fürchterlich geschwollen, sein Zylinderhut saß ihm im Nacken und sein umgebundenes Vorhemd hing ihm aus der Weste heraus. Dabei war er längst bei Allgemeinheiten angelangt und stieß Dinge hervor, die nicht im Entferntesten mehr zur Sache gehörten. Es waren Anspielungen auf sein Lasterleben und religiöse Hindeutungen in so unpassendem Tone vorgebracht und mit Schimpfwörtern liederlich untermischt. »Kommt nur her! Kommt nur alle her!« brüllte er. »Nicht ihr! Nicht bloß ihr! Auch die anderen! Ihr mit den Mützchen und den blitzblauen Augen! Ich will euch Wahrheiten in die Ohren schreien, das euch ewig grausen soll, euch windigen Wichten!« »Grinst ihr?« »Zuckt ihr die Achseln?« »Ich trinke!« »Gewiss, ich trinke!« »Ich saufe sogar, wenn ihr's hören wollt!« »Was bedeutet das?« »Es ist noch nicht aller Tage Abend!« »Es kommt der Tag!« »Ihr nichtiges Geschmeiß!« »Da Gott uns alle wägen wird!« »Ach! Ach! Des Menschensohn wird kommen in den Wolken!« »Ihr unschuldigen Kanalien!« »Und seine Gerechtigkeit ist nicht von dieser Welt!« »Er wird euch in die äußerste Finsternis werfen!« »Euch munteres Gezücht!« »Oh, da ist heulen!« Er war jetzt von einer stattlichen Menschensammlung umgeben. Einige lachten, und einige sahen ihn mit gerunzelten Brauen an. Es waren noch mehr Arbeiter und Mürtelweiber von den Bauten herangekommen. Ein Fuhrmann war von seinem Wagen gestiegen, der auf der Landstraße hielt und die Peitsche in der Hand ebenfalls über den Graben herzugetreten. Ein Mann rüttelte Piepsam am Arme. Aber das führte zu nichts. Ein Trupp Soldaten, der vorübermarschierte, reckte lachend die Hälse nach ihm. Der Pinscherhund konnte nicht länger an sich halten, stemmte die Vorderbeine gegen den Boden und heulte ihm mit eingeklemmtem Schwanze gerade ins Gesicht hinein. Plötzlich schrie Lobgott Piepsam noch einmal aus voller Kraft, »Du steigst ab!« »Du steigst ab!« »Du unwissender Kek!« beschrieb mit einem Arme einen weiten Halbkreis und stürzte in sich selbst zusammen. Er lag da, jäh verstummt, als ein schwarzer Haufen inmitten der Neugierigen. Sein geschweifter Zylinderhut flog davon, sprang einmal vom Boden empor und blieb dann ebenfalls liegen. Zwei Mauersleute beugten sich über den unbeweglichen Piepsam und verhandelten in den biederen und vernünftigen Ton von arbeitenden Männern über den Fall. Dann machte sich der eine von ihnen auf die Beine und verschwand im Geschwindschritt. Die Zurückbleibende nahm noch einige Experimente mit dem Bewusstlosen vor. Der eine besprengte ihn aus seiner Bitte mit Wasser, ein anderer goss aus seiner Flasche Brandwein in die hohle Hand und rieb ihm die Schläfen damit. Aber diese Bemühungen wurden von keinem Erfolge gekrönt. So verging eine kleine Weile. Dann wurden Räder laut und ein Wagen kam auf der Chaussee heran. Es war ein Sanitätswagen und ein Ort und Stelle machte er Halt, mit zwei hübschen kleinen Pferden bespannt und mit einem ungeheuren roten Kreuzer an jeder Seite bemalt. Zwei Männer in kleidsamer Uniform kletterten vom Bocke herab und während der eine sich an das Hinterteil des Wagens begab, um es zu öffnen und das verschiebbare Bett herauszuziehen, sprang der andere auf den Weg zum Friedhof, schob die Gaffer beiseite und schleppte mit Hilfe eines Mannes aus dem Volke Herrn Piepsam zum Wagen. Er wurde auf das Bett gestreckt und hineingeschoben wie ein Brot in den Backofen, worauf die Tür wieder zuschnappte und die beiden Uniformierten wieder auf den Bock kletterten. Das alles ging mit großer Präzision, mit ein paar geübten Griffen, Klipp und Klapp wie im Affentheater. Und dann fuhren sie lobgottpiepsam von hinnen.